Kapitän Price befreit sie vor zehn Jahren? Hara, Schwester, hör auf. Adir, bist du das? Ja, zeig dich mir. Wie lange bist du schon in Einzelhaft? Zehn Tage. Siehst krank aus. Kein Essen oder Wasser. Schwester. Ist okay. Ich halte es aus. Warum haben sie uns zusammengelegt? Sie brechen mich über dich. Nur über meine Leiche? Nein, Adir. Ich brauch dich lieben. Schau. Ich habe einen Schlüssel. Wofür? Find es heraus. Nimm du ihn. Fang! Hab ihn. Gut. Versteck ihn. General Barkov kommt. Er weiß von den Nachrichten. Weiß er, dass du Karin bist? Mal sehen. Sieh an. Ein Familientreffen. Wie schön. Lass ihn. Soll ich damit aufhören? Dann rede. Schafft ihn ins Lager. Foltert ihn. Die hier gehört mir. Öffnen. Nein, Herr. Lass die Finger von ihr, du krankes Bein. Es ist ja schmalzlocker. Nein. Du solltest dich verabschieden von deinem Bruder. Vielleicht siehst du ihn wieder. Mund halten und ab in die Ecke. Schau mich nicht an, Pfarrer. Falls du Fluchtpläne hast, vergiss sie schnell. Schau mich an. In diesem Drecksland ist es heißer als in der Hölle. Du hast sicher Durst. Wie ist du? Nein. Ist leer. Holen wir dir Wasser. Türen. Komm. Rein da. Setz dich, Pfarrer. Es gibt keinen Ausweg, Pfarrer. Und es wird dich auf niemand retten. Ich hab' dir das Sagen. Ich kann dir das Leben viel leichter machen. Nun, erzähl mir von Commander Karim und den Nachrichten. Leck mich, du Arschloch. Ach, hüte deine Zunge. Bis jetzt war ich geduldig. Es reicht. Bleib wach, da ziehst du deinen Bruder. Ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken. Du musst atmen. Atme, Pfarrer. Du schaffst das. Ich dachte, du willst deinen Bruder sehen. Wach bleiben. Noch mal. Ah, genau so. Hol' den Luft, Pfarrer. Nicht schlapp machen. Du enttäuschst mich, Pfarrer. Noch mal. Wer ist Karim? Fick dich. Ach, du dreckige Hohre. Das reicht. Ich habe eine deiner Schwester. Kein Wort von mir, Pfarrer. Schon gut, ACD. Ruhe. Ihr Leben liegt in deinen Händen, Pfarrer. Bleib wach und sie lebt. Mach schlapp und sie stirbt. Weiter! Dieses Mal wird es schwerer. Falsche Richtung, Pfarrer. Andere Seite. Versteh es nicht. Verdammt, du bist gut. Halt still. Du kannst nicht ewig die Luft anhalten. Oh, Mädels. Versteh das Ding nicht. Nur um das Quark zu stellen. Ich habe hier das Tag. Du hättest dein Leben retten können. Jetzt wäre ich eins beendet. Ich gucke gar nicht hin. Und ich hätte es nicht trotzdem. Bruder, er steht ganz... Mach dir sauber. Wozu zwingst du mich? Du hast dich erhungert, Pfarrer. Hm? Ich werde von dem nichts essen. Komm schon. Nein. Hältst du das wie ein Spiel? Du denkst, du kannst gewinnen? Keine Spiele mehr. Dein Bruder hat einen Schlüssel von mir. Wo ist er? Fehlt dir einen Schlüssel? Einer fehlt. Aber wir haben Ersatz. Wofür ist der Schlüssel? Du hältst sie für schlau. Karin. Ja. Ich weiß. Ich habe sie mehr gewusst. Also. Wo ist der Schlüssel, den dein Bruder gestohlen hat? Sag's mir. Asede hatte ihn. Gelogen. Sie wurde durchsucht, Gründlichen. Dieses Land ist eine Brutstätte für Terroristen. Ich bringe Recht und Ordnung in dieses Land. Und kein Terrorist schadet meinem Land. Ich schütze Russland. Schweig. Was ist die Hölle? Geht ihr vor? Tötet alle. Sperrt sie in das Lager. Brennt es nieder. Du hast deine Leute nicht gerettet, Farakari. Sondern getötet. Ein Helikopter schnell. An die Lager. Locker. Nicht endlich. Nette kleine Klinge. Ja. Ja. Oh. Hopla. Gut. Steine. Es hat funktioniert! Ich höre irgendwo noch etwas Besseres rum. Da ist ein Löffel. Ich muss diese Treppen erreichen. Damit kann ich hochklettern. Hoch hoch? Ist hier irgendwo was an der Decke? Ah! Hier war noch etwas, oder? Das passt nicht. Ich muss da irgendwie rein. Kurz umgucken hier. Ja. 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 wir ihn die wachen sind zurück wir überraschen sie wie zielt und schießt bis sie tot sind wie besprochen gut gemacht schwestern macht schnell bevor alle tot sind okay müsste ihn erwischt haben oder ja dann laufen wir nicht in die schussbahn und so und so und so und so und befreien wir jahnerin aus dem lagerhaus bevor es zu spät ist mir nach schwestern da oben auf dem turm ein scharfschütze der beschütztes lagerhaus die gefangenen sind dort wir müssen dorthin los wo 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 komm her Das ist die usb-kische Art des Löffelchens. Kann ich halt leider nicht töten, oder? Das ist die usb-kische Art des Löffelchens. 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 Das ist die aus der Löffelchens. Das ist die aus der Löffelchens und die auf der Löffelchens. Auf! Padir! Padir! Fester! Schwester! Padir, alles okay. Sie sind da? Geschafft. Dank dir. Durchatmen. Sucht Überlebende und Vorräte. Wir gehen. Nach Norden, nicht auf den Highway. Bravo 6 an Kobalt 4, Zeitfenster bestätigen. Zehn Minuten. Roger, Orbit halten. Beallt euch, selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen. Ja, Leute, selber. Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird. Er wird es büßen. Soll er kommen. Wir haben die Straße nach Norden geräumt. Dort seid ihr erstmal sicher. Danke. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Selbst im Krieg gibt's Moral. Nicht vergessen. Bravo 6, Abflugge 2. 20 Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hadir ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Qaeda als Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Tja, kann man's ihm übel nehmen, hm? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadir. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldige werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Unser Sergeant? Ist bereit. Ich bring sie rein, dann sind sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gastnation. Ich mach das schon. Eine tolle Aussicht, Nikolai. Wach mal Hauptstadt vor Moskau. Die gute alte Zeit. Da sind zwei an der Tür. Mehr Al-Qaeda-Dala im Innern. Wahnsinn kommt. Beobachten. Guter Ort. Parkt nur Wichser. Der Schlechter, gerdes Shirt. Das Schwein aus der Botschaft. Kein Gas. Kein Hadiyah. Freier Schuss? Verlackend. Noch nicht. Der Schlechter führt uns zu Hadiyah. Oder der Gasangriff geht los. Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch. Ausrüsten. Wird fies. Die Uhr trägt. Hier lang. Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Stunden oder weniger. Hast du alles? Wir gehen nicht in so kurzer Zeit. Schalldämpfer, Munition. Keine Blendgranaten. Gute Arbeit, Nik. 40er Hohlspitz. 1,50 grain. Wie du es magst. Hm. Versteck sie vorerst. Treffpunkt am Lager. Okay. Bring das Paket. Auf den Weg, Captain. Ich weiß, dass du den schlechter töten willst. Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance, aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Priviert. 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 Dobre otra. Nicht schlecht. Mehr kann ich nicht. Hm. Ich sehe meine Füße nicht. Oje. Kritikpunkt. Die Füße sollte man mittlerweile hinkriegen. Auf mein Zeichen schießen. Nicht vorher. Ruhig bleiben. Wir haben Befugnis. Sag es ihnen klar. Hier. Gut gemacht. Nikolai. Müll auf den Straßen. Ihre Abitüden. Du denkst an alles. Aufpassen. Der Schlechter führt uns zu Hadir. Wir brauchen ihn bis dahin lebend. Wir nehmen Rache. Heute werden nicht wir leiden und sterben. Sondern sie. Wir danken unserem neuen Soldat. Neuer Soldat. Hör dir. Das ist unser Glück. Wenn der Wolf noch lebt, wird er stolz auf euch sein. Und wenn er tot ist, bringen wir all jenen seine Wahrheit, die sich einmischen, wo sie nicht erwünscht sind. Wir nehmen Gott. Saubere Schüsse, Kai. Schalte sie aus. Heute Nacht. Überbringen wir der Welt unsere Welt. Der Schlechter haut ab! Hütte sie! Alles gesichert. Hütte sie! Hütte sie! Hütte sie! Hütte sie! Hütte sie! Dann stimmst du! Der Schlechter wird! Es ist ein aufzutal! Dann stimmst du einen. Okay. erledigt kein cd oder straße ist auf der flucht verdammte scheiße aber hier was wie die straße ist offen das ziel bewegt sich in richtung norden bereithalten für evakuierung mir geht's gut so das ziel bewegt sich flussofa der schlechter bequert die brücke sechend hat das fahrzeug direkt voraus alter stört schweck der haut ab hinterher schneller schweck der haut ab hinterher schweck der haut ab hinterher schneller ha 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 da gleich hinter dem zaun schweck der schlechter ist in bewegung folge ihm auf verstärkungen achten wo zur hölle kommen die nur her wo zur hölle kommen die nur her Molotov vorsicht entkommen bitte ein weg da durch er ist auf dem weg zum fluss schweck Nikolai wir haben ihn Hirnerschütterung macht flucht schwierig was mein Kater mit dem Wack wer seid ihr die Männer schicken eure Köpfe heim zu euren Familien halt die Fresse dreckiger Mistkerl einsteigen Sanjut es gibt ein Problem was der Rotor streikt ein D Samin streikt ein Rauch und Deckung keil beschieß sie what er ist auf dem weg zum fluss dann sind wir jetzt noch wieder und hopp Nikolai wir haben ihn wir haben ihn Hirnerschütterung macht flucht schwierig was wer seid ihr Männer schicken eure Köpfe heim zu euren Familien halt die Fresse dreckiger Mistkerl ach es gibt ein Problem was der Motor streikt ein wenig zahl ihn streikt auf dem schicken im zu auf den schicken Ich lade da mal nach. Oh, das war schon.